Musik Wenn die blauen Nächte kühler werden und kalte Nebel über Felder ziehen, dann ist überall ein kleines Leiden, dann spürt man die Kräfte leise fliehen. Der Sommer liegt im Stauben, dann zerfließt so manches Glück. Der Herbst wird die Regie erworben, als sei das Leben ein Theaterstück. Mensch und Seele gehen auf Wanderung, der Herbst kommt vor dem Winter. Des Winters Tod, des Frühjahrs Gewinn, so bringt die Zeit Veränderungen. Das Ende fragt, was steckt dahinter? Nach dem Ende folgt ein Neubeginn. Das Ende fragt, was steckt dahinter? Nach dem Ende folgt ein Neubeginn. Das Ende folgt dir. Untertitelung des ZDF, 2020